Da ist es doch. Link, der Rest liegt an dir. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte. Ich muss kurz eingenickt sein. Wer bist du? Oh, endlich bist du gekommen. Einhundert Jahre. So lange hast du mich jetzt hier auf deinen Besuch warten lassen. Ich dachte schon, ich verdorre, bis du dich endlich blicken lässt. Aber so wie du mich ansiehst, scheinst du dich an gar nichts mehr zu erinnern, Bruder. Ich wache über Hyrule. Seit es diese Welt gibt, stehe ich schon hier. Mein Name lautet Dekubaum. So nennt man mich vom Alters her. Diese Waffe wurde vor Urzeiten von der Göttin erschaffen. Nur der auserwählte Ritter darf sie führen, um damit die Verheerung zu bekämpfen. Das heilige Bannschwert. Und ob du es glaubst oder nicht. Du selbst warst es, der vor hundert Jahren das Schwert aus seinem Stein zog. Doch übe dich in Geduld, mein Junge. Wer auch immer wagt, es zu ziehen, wird von dem Schwert selbst auf eine harte Probe gestellt. Ich kann nicht sagen, ob du in deinem jetzigen Zustand seiner würdig bist. Wenn du versuchen solltest, es aus dem Sockel zu ziehen, bevor du deine einstige Stärke wiedererlangt hast, wirst du auf der Stelle den Tod suchen. Nimm dich in Acht, mein Junge.